Amarai Asana Die Stellung des Weisen Amarai Ananta zeigt, wie es geht. Setze dich hin mit ausgestreckten Beinen, also Langsitz ist die Ausgangsposition. Beuge die Knie und bringe die Füße etwas näher zum Körper und halte die Füße etwas auseinander. Dann beuge dich nach vorne und gib die Ellbogen auf den Boden und platziere das Kinn auf die Handgelenke. Dies ist Amarai Asana, benannt nach einem Weisen namens Amarai. Wer Amarai wirklich ist, ist nicht so ganz klar. Dieses Asana jedenfalls ist das ähnliche Asana wie Karnieri-Pavasana. Diese Stellung hilft die Hüftgelenksflexibilität zu kultivieren, auch die Flexibilität der Ellbogen. Es ist eine gute Massage für die Bauchorgane und hilft insbesondere den tiefen Bauchorganen. Es ist auch ein gutes Asana für die weiblichen Geschlechtsorgane, wie auch zum Sublimieren von Appanavayu. Mehr Informationen über dieses Asana und alle anderen Vorwärtsbeugen unter wiki.yoga-vidya.de Asana und alle anderen Vorwärtsbeugen unter wiki.yoga-vidya.de